Brenneisen Der Chor hat tolle Ansichten Können wir nicht einfach es brechen? Und ja, ich level mal schnell sie ab Sie hat Abgenutzter Halsring Sie hat mehr Vitalität als Lyra Also von daher Einfach mal den Verstand erhöhen Und hier fähigkeitsmäßig Erhöht die Menge an Atem, der am Ende des Kampfes zurückbleibt Arie des Winters Seren umgibt sich mit einem Schadensverkinderungsfeld Jeder Schadens, selbst wenn er durch Widerhand das Feld abgewählt wird, hindert dieses Feld für kurze Zeit an der Regeneration Ne, langer Atem klingt besser Gut Das war die nächste Gruppe Jetzt haben wir da oben eine Tiermenschen- und Blutkantorengruppe Sind aber nur Tiermänner, so wie es aussieht Aber zwei Blutkantoren Die könnten allerdings für etwas Stunk sorgen Deswegen wie gehabt Hochbaffen Anstieg des Rooms Ding hat er auch da Also brauchen wir den nicht Sondern den da So Das heißt, wir kloppen uns jetzt mit einer Horde Tiermenschen Au So Baric Taunte Lyra David und ich Komm und füßt mein Iron Gut Ihr beide kümmert euch weiter um den Blutkantor da hinten Lasst von mir aus Eis auf ihn regnen Okay Baric braucht ne Heilung Baric ist geheilt Und die Blutkantoren werden einfach über den Haufen geprügelt Welchem Welcher Kampfhaltung ist Lyra eigentlich gerade noch Genauigkeit ausweichen Nö Genauigkeit ist immer noch am besten Ein Heiltrank, den wir nicht brauchen Obst Da haben wir bereits reingeguckt Da war doch nur noch Dings drin Genaue Rastvorräte, die wir nicht mitnehmen können Und hier ist noch eine Leiche Oh, der Arm schien Nö Blutgetränkter Mantel Das klingt ja eigentlich fast was für Lyra Nö Wenn mit Wunden belegt ist Die Erholungszeit einfach nur Besser Das wäre was für Tötet im Schatten gewesen So Bluton 7C Ist hier Also wieder dasselbe Spiel wie gerade eben Warum auch immer mir hier nur 6 angezeigt werden Und ich eins da eigentlich eins da oben habe Aber egal Wieder hochkaufen So Du buffst dich selber Du machst dein Klingen feuerig Und du brüllst einfach So Blutkantor Bluthund Das ist weniger schön Eine Wüterin Und Halt 7C Das heißt erst mal kriegt 7C die volle Packung ab So Au Lyra ist ein bisschen Hark runtergeboxt Okay Okay Ich brauche mal etwas Schutz würde ich sagen Parieren Parieren Ausweichen Entschlossenheit Rüstung Weniger Schaden Nehme ich das hier mal Gut Du die leichte Heilung auf Lyra Du hast gerade keine schwere Heilung mehr übrig Das heißt du machst mal Heilung über Zeit auf Berwick Berwick boxt mal den Bluthund um Lyra tut Mit den Spanferkeln Oh bei ihr ist das Zauberwirken blockiert Bei mir leider auch Strategischer Rückzug war kurz Bis das Zauberwirken wieder funktioniert Zurück hoffen sie mir grad nicht nach Heil dich am besten selber Myra heilen Berwick heilen So Ich werde mich gleich nochmal selber Das müsste eigentlich jetzt reichen Um die zu erledigen Spanferkel mal den Blutkantor Dann ist der weg Berwick's denkmal wieder Alle auf dich Lyra brennt gerade gut Das ist nicht ganz so schön Ich hab ne Wunde Ja Der Hunde der Geheimnisse Warte den Karkophonie auf dich Töte ihn Helm eines Purpurspeers Ja Bisschen rohes Fleisch Armschienen eines Adeligen Und da sind Drei Bluthunde Das könnte Unschön ausgehen Wir machen jetzt erstmal ganz dezent Vorsichtig Einen weg Gut einer ist weg Lyra wird nicht geheilt So der letzte ist tot Der Boden dieses Zells Ist übersät mit Speiseresten Und Stofffetzen Ja lecker Ist halt die Frage Wie viele Truppen hat Ne was Stimmen Noch selber Bei sich rumstehen Weil jetzt hab ich alles gesäubert Tiermenschenferch Marktplatz Bluthundlager Lager der Stadt Nach Roten Wüter Blutkantorenlager Also ja Hier sind die Blutkantoren Hier die Wüterinnen Und hier die Bluthunde Untergebracht Gewesen Und das gibt erst recht Kein gutes Bild ab Darum ist ein Hordenmitglied Hm Da ist auch ein Hordenmitglied Und da ist Der Wart Stimmen Der Wart wird auch geschwächt Sein hier Also gut Ich denke mal Wir bringen das jetzt Zu Ende I will aid you Will do Will do Das war's für heute.